so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die frische nenne von funke feierwerk hinaus der premium line ok leute laune is da lennart muss ich das lachen verkneifen du kannst ruhig lachen sagt mal was aus der moderation was soll ich sagen schau mal bei lennart vorbei sein kanal ist hier oben ich schiebe das wieder aus heute gibt es die knallfrosch c von funke aus der premium wie gerade schon erwähnt wunderschönes design allerdings wie gesagt ihr kennt meine meinung zu funke der druck aus als drucker sage ich schon das ist ganz schön kurios hier dieser in der fachsprache auch putzen genannten ok ja die knallfrosch c von funke ungefähr für zwei euro gekauft beim feuerwerk land habe ich euch mal unten verlinkt natürlich jonas liebe grüße so sieht ein fröchlein aus die verarbeitung ist richtig geil wie man es von funke kennt graue lunte und die sollen auch noch gut springen laut dem video so gucken wir uns noch mal schnell die rückseite an da steht ja nicht viel so drauf zehn gramm auf vier stück 2,5 pro stück quasi alles in f2 mit c natürlich und dann gucken wir uns mal an wie die knallfrösche von funke so sind so leute jetzt die knallfrosch c von funke feierwerki ich glaube alle sind gespannt also es filmt gerade hier alle mit wirklich ich lasse auf jeden fall übrig vielleicht springen sie vielleicht nicht mehr ganz sehen das war ein sprung ok machen wir gleich noch einen zweiten und jetzt machen wir noch den letzten wer will die ehre ich bitte lennart der war geil aber allem muss man dann wirklich wissen ob sich das lohnt vor allem für zwei euro pro packung aber der retro style ist auf jeden fall da die funke sehr frisch und dann und dann